hallo ich bin der sandtagswooki und ich mache heute den erfolg wie die ameisen entziehen der ghost das wäre die siebzehnte mission von der kampagne die heißt loki und ja schwierigkeit ist egal der erfolg hat etwas in sich man muss alle feindlichen und bodenziele zerstören mit den stäben ja alles was in den kreisen ist wird zerstört man darf dabei keine verbündeten treffen um den erfolg oder die trophäe zu kriegen und es ist etwas tricky man muss etwas probieren es braucht man braucht paar anläufe dass man halt nicht so nah an die boden sind die verbündeten rankommt nur die feinde trifft und ja dann müsste es eigentlich klappen und schwierigkeit wie gesagt ist egal einfach auf rekrut in der mission loki so oft spielen oder so oft wiederholen bis sie an diese stelle kommt und dann einfach zwei drei anläufe machen und dann müsste es eigentlich klappen ich habe auch ein bisschen gebraucht ja es geht schon wünsche euch noch viel spaß versucht es einfach weiter das klappt schon alles klar viel spaß noch kurs euer woki